Ha-ha-ha! Das ist überhaupt komisch. Da habe ich einmal im Leben ein Erstklasspilet im Sack und hocken tue ich verraussen auf dem Puffer vom Hinterstall. Ha-ha-ha! Aber rassig ist es so oder so. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das seh'sch auf den ersten Blick. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das gibt einem einen tollen Kick. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das ist ein riskanter Test. Drum gilt für alle Puffer-Fahrer, hock still und höck dich fest. Ja, musst dich heben, sonst schlugst du ihn ein, direkt unter dir rasen dich hinein vorbei. Schwindlig werden darfst du nicht, aber fallen, wäre wirklich blöd. Aber fallen, das wäre zum Bühlen, das gäbe dich mindestens eine Bühle. Am besten Palt ist deine Ruhe, und lass dich am Rattern von den Rädern zu. Am Rattern von den, am Rattern von den, Rattern von den Rädern zu. Am Rattern von den, Rattern von den, Rattern von den Rädern zu. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das seh'sch auf den ersten Blick. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das gibt einem den Superkick. Auf dem Puffer fahren, auf dem Puffer fahren, das isch ein riskanter Test. Drum gilt für alle Pufferfahrer, hock still und höck dich fest. Still und heftig 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 fest. Untertitelung des ZDF, 2020